Allen Berichten zufolge galt die Wasserflugzeugserie Hi-115 als das beste Flugzeug dieser Art im gesamten Zweiten Weltkrieg. Sie diente in verschiedenen offensiven und defensiven Rollen, griff feindliche Schiffe an, wann immer es möglich war, und machte das Leben auf Wasserstraßen zunichte lebende Hölle. Sie leistete auch beim Minenlegen gute Dienste und versorgte die Nordsee eine Zeit lang kontinuierlich mit einer ordentlichen Dosis Antischiffsminen. Über ihre Einsätze in Deutschland hinaus nutzten die Länder Bulgarien, Finnland, Norwegen und Schweden alle diese hervorragende Maschine zu dem einen oder anderen Zeitpunkt. Darüber hinaus setzten das Vereinigte Königreich und seine Royal Air Force in mehreren darauf folgenden Geheimoperationen mindestens vier requirierte norwegische Hi-115 ein. Berichten zufolge existierten rund 500 Produktionsexemplare. Die Hi-115 hat ihren Ursprung in einer Anforderung des Reichsluftfahrtministeriums aus dem Jahr 1935, die ein zweimotoriges Wasserflugzeug zur Bewältigung verschiedener militärischer Aufgaben auf der See vorsah, darunter auch als Torpedobomber, Minenleger und Aufklärungsplattform. Das Design von Seeflugzeugen stellte ganz eigene Anforderungen dar, vor allem in Bezug auf die Einsatzreichweite und die strukturelle Integrität. Da diese Flugzeuge höchstwahrscheinlich weit entfernt von ihren Startpunkten und unter den widrigen Bedingungen des Meeres eingesetzt werden würden, müsste dieses neue Design in fast allen Bereichen ihrer Flugzeugzelle ein Erfolg sein. Während die Rolle des Torpedos als ihre Hauptaufgabe vorgesehen war, sollten die Aufgaben des Minenlegens und der Aufklärung als ihre Nebenaufgaben dienen. Als Reaktion darauf produzierte Hamburger Flugzeugbau die H-140, während Heinkel die Hi-115 auf den Markt brachte. Beide Entwürfe waren vielversprechend und beide wurden für den Prototypenbau ausgewählt. Insgesamt fünf Prototypen bildeten die Entwicklung des Hi-115, während drei des H-140 entstehen sollten. Der Hi-115 erwies sich als erfolgreicherer Ansatz und Ressourcen wurden dem Heinkel-Programm zugewiesen, sodass der H-140 in die Geschichtsbücher einging. Der erste Prototyp, Hi-115 V1, flog im August 1937 in die Luft und stellte durch eine Reihe von Testflügen nicht weniger als acht internationale Nutzlasten und Geschwindigkeitsrekorde für ein Flugzeug dieses Typs auf. Eine ähnliche Hi-115 V2 folgte im November 1937. Im März 1938 wurde die Hi-115 V3 mit einem verglasten Cockpit vorgestellt, ein Designaspekt, der in allen weiteren Hi-115 Designs zum Standard wurde. Der Hi-115 V4 ging im Mai 1938 in Betrieb und wurde als Produktionsform der Hi-115 Reihe ausgewählt. Bei diesem Prototyp wurden auch Streben verwendet, um die Drähte zu ersetzen, die die Schwimmkörper mit dem Flugzeugrumpf verbanden. Ein weiterer Prototyp, die Hi-115 V5, debütierte irgendwann im Jahr 1939. Im Vergleich dazu war die Ankunft der Hi-115 weitaus besser als alles, was die Alliierten zu dieser Zeit in der Kategorie der Wasserflugzeuge aufstellen konnten. Sie war, gelinde gesagt, eine technologisch fortschrittliche Designerin. Das Design des Heinkel Hi-115 zeichnete sich durch seine erkennbaren Schwimmer aus, die an der Unterseite jeder Triebwerksgondel angebracht waren. Die Schwimmkörper erstreckten sich über die gesamte Länge der Flugzeugzelle, waren in der vorderen Hälfte des Flugzeugs positioniert und über große, dicke Streben mit dem Rumpf verbunden. Der Rumpf war insgesamt etwas röhrenförmig und zeichnete sich durch einen stark verglasten Teil aus, der die Bugbaugruppe und die Mannschaftskabine umfasste. Dieser Anflug mit Fenstern ermöglichte eine hervorragende Sicht aus fast allen Winkeln des Flugzeugs, und mit einer dreiköpfigen Besatzung konnte man von der hohen Position der Hi-115 aus viel sehen und erkennen. Das Besatzungsmitglied im Bugraum lag höhenmäßig deutlich unter den beiden anderen Besatzungsmitgliedern. Diese beiden Besatzungsmitglieder nahmen ihre Positionen in einer Tandem-Rücken-an-Rücken-Sitz-Anordnung in der langgestreckten Mannschaftskabine ein, wobei ihre erhöhte Position auch eine hervorragende Sicht bot. Der Rumpf verjüngte sich zu einem langen, wenn auch übermäßig konventionellen Leitwerk mit einer einzelnen vertikalen Heckflosse mit abgeschnittener Spitze. Die Seitenleitwerksbasis stützte die entsprechenden Höhenleitwerke, die jeweils eine weitgespannte Konstruktion hatten. Bei den Tragflächen handelte es sich um mittel- bis tiefmontierte Eindecker mit leichter V-Form, die eine deutlich geschwungene Vorderkante und eine geringere Hinterkante aufwiesen. Jede Flügelspitze war gebogen, was für ein elegantes Design sorgte. Da sich die Hie 115 weit über der Wasserlinie befand, wurden etwa Mitschiffs an den Rumpfseiten-Zugangsleitern für die Besatzung angebracht und von der Rückseite jedes Potos mit der Flugzeugzelle verbunden. Die Triebwerke waren in vorne offenen Gondeln untergebracht und stromlinienförmig, verjüngten sich kurz vor den Klappenkomponenten an den Hinterkanten in jedes Flügelelement und trieben jeweils dreiflügelige Propeller an. Das Herzstück eines Torpedobomber-Wasserflugzeugs war natürlich seine Bewaffnung. Während ihr zur Selbstverteidigung einige Optionen hinsichtlich der Bewaffnung zur Verfügung standen 7,92 mm Maschinengewehre der Serien MG 15 und MG 17, waren ihre Antischiffsfähigkeiten ihr A und O. Dem wurde durch den Transport eines einzelnen Torpedos der Serie LTF-5 oder LTF-6B begegnet. Anstelle dieser Bewaffnung hatte die Besatzung der Hi-115 Zugang zu zwei konventionellen Abwurfbomben vom Typ SD-501100 Pfund oder SC-250550 Pfund. Darüber hinaus wurde die Hi-115 für die Minenlegefunktion durch den Einsatz von Minen der LMB-II oder LMA-Serie freigegeben. Nach 1943 wurde im unteren Bug eine Kanonenbewaffnung vom Typ 20 mm MG 151 oder 20 mm MG FF eingebaut, um bodengestützte Flakgeschütze bei Torpedoangriffen abzuwehren. In Bezug auf die Produktion war die Hi-115 V4 das Gesicht der Hi-115 Familie, die mit der Hi-115 A-0 begann. Diese Form bestand aus zehn Vorserienflugzeugen und war mit einem einfachen einzelnen Verteidigungsmaschinengewehr bewaffnet. Erst als die Hi-115 A1 mit einem an der Nase montierten Maschinengewehr ausgestattet war, erlangte das Flugzeug einen respektablen Schutzbereich durch Verteidigungsbewaffnung. Aus der Hi-115 A1 wiederum ging die Export Hi-115 A-2 hervor, die zur Erfüllung mehrerer Vorkriegsaufträge nach Norwegen und Schweden verschifft wurde. Die Hi-115 A-3 verfügte über eine überarbeitete Kommunikationsausrüstung und einen Waffenschacht. Die Hi-115 B1-Serie folgte in Produktion und zeichnete sich durch eine Erhöhung der Treibstoffkapazität aus, was zu größeren Einsatzreichweiten führte. Die Hi-115 B-Serie produzierte drei bekannte Untervarianten mit der Bezeichnung R1, R2 und R3. Der Hi-115 B-2 hatte einen ähnlichen Umfang, verfügte jedoch über verstärkte Schwimmkörper für Einsätze auf harten Oberflächen von Schnee- und Eisoberflächen aus, im Wesentlichen für Einsätze in der Arktis konzipiert. Die Hi-115 C-1 führte zu einer besseren Verteidigungsbewaffnung und führte zu vier Untervarianten, die einfach als R1, R2, R3 und R4 bekannt sind. Die Hi-115 C-2 verfügte über verstärkte Schwimmer, wie sie auch beim Serienmodell Hi-115 B-2 zu finden waren. Hi-115 C-3 wurde zur reinen Minenleger-Variante, während die Hi-115 C-4 zur reinen Torpedobomber-Variante wurde. Der Hi-115 D wurde zu einem »einmaligen« Modell, das zwei 1600 PS starke Motoren der BMW 801 C-Serie testete, obwohl dieses Modell nicht für die Massenproduktion ausgewählt wurde. Es wurde festgestellt, dass die Hi-115 E1 der Produktionsserie Hi-115 C ähnelt und über noch verbesserte Bewaffnungsfähigkeiten verfügt. Insgesamt blieb die Grundform der Hi-115 trotz ihrer verschiedenen Varianten und Untervarianten weitgehend erhalten. Wenn es wesentliche Änderungen gab, betrafen diese meist die Bewaffnung des Flugzeugs oder seine Avionik-Kommunikationseinheiten. Ansonsten erwies sich das Design als recht solide, was für ein Flugzeug dieser Klassifizierung eine ungewöhnlich lange Kriegsdauer zur Folge hatte. Im September 1939 waren etwa 60 Hi-115 A und Hi-115 B Systeme in Betrieb. Mit den Küstenfliegergruppen, die vor dem deutschen Einmarsch in Polen eine begrenzte Aufklärung über den Balkan durchführten. Zu Beginn der offiziellen Feindseligkeiten waren Hi-115 Fluggruppen mit Minenlegeeinsätzen über die Nordsee beschäftigt. Die Hi-115 wurde von der 106. und 406. Coastal Aviation Group geflogen. Letztere startete 1942 von Nordnorwegen aus und wurde bei diesen Minenlegeflügen an der Ost- und Südküste Englands eingesetzt, um die gesamte Handels- und Kriegsschifffahrt zu stören Manöver in der Region. Die Hi-115 wurde während der Luftschlacht um England eingesetzt und bestand hauptsächlich aus Modellen der Serien Hi-115 A und Hi-115 B. Etwa 33 der verfügbaren 60 einsatzbereiten Flugzeuge gingen verloren, hauptsächlich aufgrund britischer Küstenflaggeschütze. Am Ende des Gefechts wurden die Hi-115 C Modelle in Dienst gestellt. Hitler stoppte schließlich seine heißersehnte Invasion auf dem britischen Festland aufgrund zunehmender Verluste in der Luftschlacht um England. Darüber hinaus stoppte der steigende Bedarf in anderen Bereichen die weitere Produktion künftiger Hi-115 Systeme vorerst. Die Hi-115 bewies schnell ihren Wert bei den kritischen alliierten Konvoifahrten über die arktischen Schifffahrtsrouten. Diese Konvois, die dringend benötigte Vorräte an die flüchtenden sowjetischen Streitkräfte lieferten, wurden oft ohne Luftunterstützung eingesetzt und waren einzeln nicht so gut bewaffnet, wie man hoffen würde. Diese langsamen Konvois boten relativ leichte Beute, selbst für die unterbewaffneten und langsamen Hi-115 Wasserflugzeuge. Für Torpedoangriffe gegen diese Konvois war vor allem das Serienmodell Hi-115 C IV verantwortlich. Unabhängig davon führten die Konvois erfolgreiche Einsätze durch, und die verbesserten Kriegsanstrengungen führten zu einem konsequenten Luftschutz und einer besseren Verteidigungsbewaffnung der Schiffe selbst, was den Nutzen der Hi-115 auf diese Weise zunichte machte. Zum Zeitpunkt der deutschen Invasion in Norwegen im April 1940 hatten die Norweger bereits etwa sieben Hi-115 Exemplare gekauft. Einer wurde von den Deutschen in den frühen Tagen des Feldzugs erobert, als Fallschirmjäger wichtige Kreuzungen und Zielpunkte strategisch umschlossen und abgeschnitten hatten. Einige Hi-115 in deutschem Besitz wurden von den Norwegern erbeutet und umgehend wieder gegen ihre früheren Herren eingesetzt. Die Hi-115 mit norwegischer Besatzung dienten auf diese Weise bis zum Ende des deutschen Feldzugs, der im Juni 1940 endete und zur Kapitulation der norwegischen Nation vor der Macht des Dritten Reiches führte. Vier der norwegischen Hi-115 schafften die lange Reise nach England, wohin die norwegische Regierung geflohen ist. Ein fünftes Exemplar landete sicher in Finnland, während ein sechstes entkommenes Flugzeug irgendwo über der Nordsee verschwand, als es versuchte, zum englischen Festland zu fliegen. Die restlichen Hi-115 Norwegens wurden erbeutet und bei der Luftwaffe in Dienst gestellt. Die vier Exemplare, die es nach England geschafft hatten, sollten von der inzwischen gestürzten Regierung in einer Laubfallkampagne eingesetzt werden. Eine solche Mission wurde jedoch von den Briten in ihrem Anfangsstadium als gescheitert angesehen und abgebrochen. Stattdessen würden diese Hi-115 der Royal Air Force, mit norwegischen Besatzungen, stolz bei Geheimoperationen an der norwegischen Küste und gegen vom Mittelmeer aus erreichbare Ziele dienen. Alle diese verbleibenden Hi-115 gingen letztendlich vor Kriegsende durch verschiedene Vorfälle und Aktionen verloren. Die Schweden führten ein Dutzend Hi-115 unter der Bezeichnung T2. Diese leisteten dem Land bis 1952 gute Dienste. Während des Krieges wurden die Hi-115 in Bereitschaft gehalten und schützten die schwedischen Wasserstraßeninteressen in der Region, wodurch die Neutralität der Nation während des Konflikts und kaum etwas anderes gewährleistet wurde. Bemerkenswert ist, dass fünf dieser zwölf durch einen Unfall verloren gingen. Die Produktion der Hi-115 begann 1943 erneut. Dabei handelte es sich um die verbesserten Modelle der Hi-115 E-Serie, von denen 141 Stück produziert wurden. Trotz ihrer inhärenten Wasserflugzeugeinschränkungen inmitten der sich ständig verändernden Front schlanker Kampfflugzeuge und leistungsfähigerer Wasserflugzeugkonstruktionen sollte die Hi-115-Serie als Ganzes bis zum Ende des Krieges im Einsatz bleiben, was zweifellos beweist, dass die Konstruktion alles andere als hervorragend war. Wenn sie nicht gerade Torpedos ins Wasser warf oder eine Wasserstraße mit ihren Minen unbrauchbar machte, erwies sich die Hi-115 als gleichermaßen geschickte Person bei der Seeaufklärung, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Während sie im direkten Dienst der Luftwaffe stand, wurde die Hi-115 während ihrer Kriegszeit größtenteils von Piloten der Kriegsmarine geflogen. Die Hi-115-Serie